Also, was Sie eigentlich sagen, was Sie meinen, ist, um noch ein Zitat zu wählen, dass eine gesunde Gesellschaft vor nichts zurückschrecken darf, um sich von dem Bösen zu säubern. Äh, ja, dem stimme ich zu. Habe ich das auch gesagt? Nein, Sir, das war Hitler. Ja, hundertelang wohl nie sofort verschabt, im Schutz von Kickenbauern, die gerne im Ereine. Menschlichste Triebe, schwankhaft unterdrückt, weil das angeblich hier ist ein Gott für Glück. Frohe, warte Männer, mit Buchtig Rieserhof, die mit Kauf und Dessen, die waren nur heimlich auszumt. Woran mit Liebe werden die Predigt, der verbreitet Buas, weil die nicht was ist, in eurer heilen Land mit Kraft. Und gerade ihr wollt noch euren und die glaubhaft macht, ich glaub euch letztlich mehr aussehen, es wollen nur die Vollzeit. Ich glaube und lässt sich mehr, ich glaube und lässt sich mehr. Ich glaube und lässt sich mehr, ich glaube und lässt sich mehr. Ich glaube und lässt sich mehr.